Hier gibt es mal ein kleines Video von unserem zukünftigen Wirtschaftsgebäude. Das wird die Milchkammer. Schön hell mit Fenster. Dann haben wir hier einen Technikraum. Und hier ist dann der Roboterraum. Dort kommt eine Terrassentür und zwei Fenster, damit jeder auch beim Melken gucken kann, wenn wir nicht da sind. Und dort auf das Loch kommt der Melkroboter. Hier sind wir halbfertig. Also das wird mal Büro unserer Umgekleide. Und unser kleines Badezimmer. Hier sind wir. Vielen Dank.